Wir sind in den Sand gefreut, denn wir befinden uns ja im Urlaub. Und wir haben jetzt, wir sind im Prinzip Himalaya, Grönland, wir waren ja schon überall in Miami und jetzt zurück nach, man kann es sehen, Magdeburg. Falls es jemand hört im Hintergrund, bitte entschuldigt das Wasserrauschen, das ist der Jaslebersee. Das ist der Jaslebersee. Da habe ich gedacht, es ist auch immer wieder da hinzukommen. Das alte Baggerloch. Das alte Baggerloch am Yassi. Ja, wir haben gedacht, wir machen es diesmal nicht ganz so dekadent, sondern back to the roots. Wir grillen, schlagen Zeit auf, das ist eigentlich nur ein paar im Hintergrund, der ist gar nicht richtig echt oder was? Wie wird es das rechtfertigen? Egal. We have created such a very special box set for you guys and Georg can tell us what's in it. You can pre-order it now. Georg, tell us, where should I start? You will get a DigiPack including the album 2001 and the instrumentals of the album. An exclusive high quality.